Wo kommt denn das her? Junge, das muss er. Da hab ich wohl einen Screenshot gemacht. Morgen, Jungs! Deine Stimme ist gar nicht weg. Und Mädels. Doch, die wird von Spiel zu Spiel weniger, glaube ich. Das ist jetzt das fette Spiel, das wir heute für euch aufnehmen. Obwohl ich eigentlich so ein bisschen krank bin. Kannst du eigentlich eine falsche Reihenfolge aufnehmen? Ich hab's im Hals. Ich hab eine falsche Reihenfolge. ACP, zweimal Five Nights, und jetzt nochmal ACP. Das ist die Reihenfolge einfach. Weil die erste ACP war so wrong, deswegen ist gut, dass wir da zwischendurch was anderes gehen. Ja, okay, aber Five Nights, die zweite kommt, ist egal. Nächste Woche. Nee. Ich blieb's einfach nicht mehr durch. Was? Ich hab nix gesagt. Wo wohnst du, Spiel? Nochmal die Map von Dingsons Shadow Dancer? Ja, das ACP, das kommt am Sonntag. Dann am Mittwoch kommt Five Nights. Am Sonntag kommt ACP, also das, was wir jetzt spielen. Und dann kommt wieder Five Nights. Ja, aber das sind nicht ganz die richtige Reihenfolge. Ja, aber... Passt schon. Seid uns nicht böse, wenn wir ja nicht immer so auf die Kommentare direkt eingehen im nächsten Video, weil... Aber die Erklärung kommt dann am Mittwoch, das... Ja, aber nicht jeder schaut Five Nights, oder? Das müssen wir jetzt nicht nochmal... Es ist wie schon mehr Leute. Ja, okay, dann sag's. Ja, wir produzieren immer für zwei Wochen vor, an einem Tag. Und laden das dann über diese zwei Wochen verteid. Weil ich ja jetzt in Nürnberg studiere und das... Da kann ich nicht jeden Tag herfahren. Jede Woche meins. Ja, oder jede Woche, ja. Oder jeden Tag. Ja, und wir haben es auch sonst immer über die Tage hochgeladen, weil wir einmal die Woche gemacht haben heute. Abita, abita. Da steht er, die dumme Sau. Jetzt komm, geh herunter und jetzt sag, da ist bis jetzt nix. Weißt du doch... Ja. Nimm ihn von ihm dann. Ja, würd ich doch gern. Von ihm dann und von der Seite. Ich hab kein SCP-ophil. Geile Sounds, Junge. Ich sterb. Ich hab kein... Ich brauch ja Rennen. Ich brauch ja Ausdauer. Ich brauchst Rennen. Ich brauch Rennen. Geil, yeah. Und noch einmal. Komm, hau ihn rein. Nice. Wie ein Champion hab ich das gemeistert. Crystal Death. Ja, geh mal auf. Ach ne, haben wir letztes Mal schon gemacht. Ja, ja. Kann man schon machen. Du brauchst eben ne Keycard. Wollt eh diese... Da komm... Du kriegst ne Keycard. Du fucking... Welche Seite gehst du immer rein? Da, ne? Weiß man gar nicht. Da weiß ich die eigentlich immer rechts. New Achievement unlocked. Infinite Loop. Infinite Loop, das ist... Du heißt das bei Apple. Die Straße. Hä? Was für eine Straße? Vom Apple Headquarter. Das ist Infinite Loop. Der heißt einfach Infinite Loop. Ja, ich glaub schon. So, ich guck. Ich guck schnell. Ich glaub nämlich, das ist sogar das, was du da auf dem Kartensymbol nämlich siehst. I'm getting paper. Das ist da. Eine 280. Guck mal. Ich gehe da jetzt fallen nicht unter, ne? Infinite Loop. Cupertino, California, United States. Wahnsinn. Wollen wir das mal hier kurz in die Telling zeigen. Sieht man das? Ich glaub nicht. Du kannst ja einen Screen... Ja, so. Das ist der Infinite Loop. Wofür schneiden wir das Video eigentlich danach, hä? Du kannst einen fucking Screenshot einblenden. Ja, du wenn dann. Achso, ja, ich muss. Ja, ich schneide das. Willst du machen? Dann mach ich einen Screenshot. Ja, ich schau mir das Video eh nochmal completely an. Wunderschön. Aber andererseits... Wayne interessiert's eigentlich. Naja. Vielleicht ist da ein Apple-Fanboy da draußen. Ja, sollen wir jetzt nochmal... Oh, genau. Was? Ich bin voll erschrocken. Der kam um die Ecke, Junge. Wo kommt denn das her? Junge, das muss er... Da hab ich wohl einen Screenshot gemacht. Ach, wollen wir es gefacetimed haben. So, soll ich das auch mal zeigen? Oder willst du das zeigen? Kannst du mir auch schicken. Lustig. Boah, der damaged mich, glaub ich. Das kann man erinnern, dass es dir das schickt. Ja, okay. Schick mal Picks. Oder solange da mit dem... Nein, vor dem du noch was schickst, ist dir doch gleich. Von mir. Schick mal Picks, ob du auch geil ausschaust. Ja, mich sieht man da oben auch, wenn du da denkst, ja. So. Also... Wenn der jetzt reinkommt, der kleine Erik. Scheiße, du hast den 4S, dann kann ich da keinen AirDrop machen. Was hab ich? Ein 4S. Da kann man keinen AirDrop machen? Nee. Klar kann man. Doch, iOS 8, Junge. Ja. Da kann man keinen AirDrop machen. Nein. Außer wenn du machst Shailbreak. Also ich bin mir sicher, dass ich AirDrop schon mal gesehen habe. Ja. Am Apple vielleicht. Am Apple, ja, das kann sein. Sei bitte rein. Nein. Geht AirDrop nur im WLAN? WLAN und Bluetooth. Aber so muss an sein, bei beiden Geräten, dann gehts. Die machen eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, aber... Das braucht keinen WLAN-Netz. Ach, das dachte ich immer, AirDrop scheiße, weil das geht über Internet, aber es geht ja lokal über das lokalen netz senden als das jetzt unlimited access habe ich unloggt und wegen der omni card ja weil ich habe sogar zwei an limited den bitches gezeigt mit den ganzen um die karte ich habe zwei bilder ich habe zwei navigator da kann ich einen reintun einen behalten da kann ich einen verbessern und einen so lassen für zwei naps sind kein betreff wirklich senden senden ein betrefft man geschickt mir so unformelle scheiße doch wurscht wenn es weg bleibt passiert ja nichts ich schaue doch das geht er doch das muss doch gehen es geht nicht auf welchen grund denn eigentlich weil er eine niedrigere bluetooth version hat oder was nein das ist ja technisch möglich eigentlich aber mit jailbreak kann sich ja freischalten also volles geschmach ist halt ein feature einfach genauso wie siri das einzige was auf dem iphone 4 anders ist dass es halt kein so guten sprachprozessor hat der die wörter hat nicht so gut erkennt hier ist jetzt aber technisch wäre das hier natürlich machbar wir müssen da jetzt bei unternehmen soll ich safen dass man die map komplett erkunden kann wobei liquor da steht liquor wie kann normal weil die ausschaut wie bei die ausschauen wie die liquor bei resident evil wahrscheinlich rechtes ja die haben auch so ein körper aber die haben einen löwenkopf gehörn rausschaut was ist es jetzt ich weiß noch nicht sieben minuten last hätte ich gespeichert aber wenn man das spiel ich dann gerade mal direkt wieder was machen wir jetzt was machen wir jetzt das hallo ein scheiß deswegen jetzt machen wir jetzt noch mal komm ich da dann macht die andere richtung was ist am fällern du fällst man kann es schaffen darüber was ist das noch mal getrollt junge wir sind noch mal getrollt worden du bist keine arme mehr die opa da kommt immer wo er doch oder die die mein einkaufswagen die hat ist die da sie hat kein auto kein was ist das oh jetzt kommt der weinheitsmann das ist scheit ich hab keine box zu lesen oh Gott ja kommen wir wieder irgendwas mit killen? natürlich oder in dem idiot hier überlassen wir das ist halt so in dem spiel Limbo zu kommen alter wirklich das schaut so aus ist halt echt steht er auf? ach da ist er ich hab Angst ach ich hab mit dem Dingern ja ich lebe noch oder was oder jumpen alles das ist nur noch schlimmer voll in den anus nicht ganz ist das das ist ich dachte ich mit dem speed kriege ich es irgendwie voll aufgespießt oh ja ah ja mit einem so einem faden hängen ja gibt's auch fallen er kann noch er kann noch oh Gott oh Gott du soll bitte die Beine verlieren mit dem Oberkörper nein das ist die Spinne Junge achja kommen sie jetzt aber die schnitten stimmt ja immer also einmal try ich es noch ja und dann hat er seine Beine noch behalten noch ja jihaa also wie mach ich das bei der Spinne? schnell durch oder was? ja wo ist denn die überall? tja damit hast du jetzt nicht die Episode ist jetzt ausgeartet Junge Eskalation absolut naja ich meine habt ihr jetzt noch ein paar Minuten dazu bekommen für die die sich immer längere Episoden wünschen das kann ja nicht angehen das können wir nicht bringen also 15 Minuten müssen wir unseren Zuschauern schon geben ne? sonst sind wir nicht zufrieden naja naja also sorry für die Episode aber ja na vielleicht hat's euch auch gefallen könnt ihr in die Kommentare schreiben ich hab ja nix dafür wenn es auch kackt das Spiel ja was ist eigentlich schuld? die Map oder oder die Mott? hmm nee es ist halt einfach so mach jetzt keinen Sinn hier die Schuldigen zu suchen naja ja dann wir behalten diesmal müssen wir sagen nicht de-abonnieren wir behalten auf jeden Fall die Box of Forest im Auge würde ich sagen ja und die entwickelt sich auch ziemlich stetig weiter ja und beinhaltet tolle Neuerungen ACPs das können wir uns mal wieder einverladen ja wisst ihr bescheid ja bleibt geschmeidig und subscribed wenn ihr nicht nicht habt und liked kommentare habe ich schon gesagt sonst noch was nö 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 dann bis zum nächsten mal tschau hoffentlich bin ich dann bis dann wieder gesund ha 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 Philipp Fehling was ist das für Spaß der hat nur geschrieben you have selected microsoft's ham as the computer's default voice jawoll nö 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 happywheels happywheels nö 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 nö